Ich kann keine Beta mehr spielen. Ich bin von der Beta gebannt. Ich hatte heute zu viel Spaß in der Beta, deswegen wurde ich gebannt. Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt es gesehen, das Thema aus heutigen Videos. Ihr habt den Titel gesehen, das Thumbnail gesehen, ihr habt den Clip von Johnny gesehen. Wir haben schon so oft über das Thema Shadowbun, Buns, zwei Wochen Pause wegen Report, Anti-Cheat, Call of Duty, Dogshit, Dreck gesprochen. Und jetzt in der Beta ist ein neues Problem aufgetaucht, was viele, 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 viele von euch in die YouTube-Kommentare bei den Videos geschrieben haben. Und gesagt haben, ey Sheppy, ich bin gepermabannt von der Beta, ich bin gebannt worden in der Beta, ich benutze kein Cheat-System, kein, manche sagen, ja, wegen VPN. Johnny benutzt auch kein VPN. Es wurde noch nie ein Mensch wegen einem VPN gebannt. Hört auf, das zu sagen, auch wenn ihr es hundertmal sagt, es bleibt falsch. Johnny ist einer meiner besten Streamer und Gaming-Buddies. Und wenn ihr diesen, ich meine, der Typ sieht echt verdammt gut aus, das muss man sagen, fast so gut wie ich und er ist fast so gut im Game wie ich. Wenn ihr irgendwie Bock habt, Johnny zuzugucken, Leute, das hier ist sein Twitch-Account, der ist unten verlinkt. Er hat einen wunderbaren YouTube-Account, auf dem er, genauso wie bei TikTok, streamt auch bei TikTok und macht auch YouTube-Shorts, alles. Ein unfassbar, ey. Was ihr gesehen habt, war das allererste Mal, dass ich das live, wirklich live nachvollziehen kann, was da in der Beta eigentlich mit euch und anderen passiert ist. Und in dem Fall hat es halt leider Johnny getroffen. Johnny, einer der geilsten Creator, mit denen ich so, so viel verbinde, einfach von seiner Art her, von seiner völlig natürlichen Art, von seiner ehrlichen Art. Der ist genauso am Ragen wie ich, ist ein unfassbar guter Spieler, macht super viel Content. Ich mag den Boy einfach, deswegen, wenn ihr das auch live bei ihm sehen wollt, wenn ihr euch irgendwie mal bei ihm einschleimen wollt, weil ihr mit Fame Schäppi zu tun haben wollt, war ein Spaß, Leute. Dicke Empfehlung, Johnny No Escape auf TikTok, Twitch, YouTube, ihr könnt überall zugucken. Das Geile, Johnny hat mir erlaubt, sein BOD zu benutzen, um euch das zu zeigen und ihr habt es ja eben gesehen. Es ist ja völlig absurd. Er wurde live in der Runde gebannt und wir gucken uns das nochmal genau an, damit wir nachvollziehen können, was da eigentlich wirklich passiert ist. Das hier, Leute, ist so ziemlich das Spannende an der Rande. Johnny, live im Stream, ihr könnt sehen, kein Wallhack, kein Aimboard, spielt ganz normal mit Controller. Da ist nix, nix, was irgendwie darauf hinweist, dass er am Cheaten ist. Zack, aus dem Nix, der Permaband für die Beta. Eine Beta, für die ihr alle Geld bezahlt habt, vorbestellt habt, das Game gekauft habt für 80 Euro, 100 Euro oder mehr. Und Johnny hat mir das zugeschickt und meinte, Diggi, ich bin live im Stream gebannt worden. Ich habe nichts getan und Support-Hilfe ist aus, gibt keine Hilfe und genau das, was ihm passiert ist, ist euch, vielen von euch passiert. Und ich habe versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Hier wird erstmal angezeigt, ey, du bist disconnected, so von wegen bla bla. Da hat er gedacht, okay, Game ist gecrashed, passiert bei einer Beta, bei Call of Duty passiert sowieso andauernd, bla bla bla. Testet das Ganze, versucht das Game neu zu starten, sitzt da schon wieder komplett verzweifelt. Kann ich nachvollziehen als Creator. Du bist live, du hast Zuschauer, die Leute wollen was sehen, plötzlich geht nichts mehr, keiner erklärt dir warum. Übrigens, geile Kameraqualität ist meine Kamera, ich habe meine, dank seiner Empfehlung. Und dann geht er hier wieder ins Battle.net, versucht, Diggato zu starten und denkt sich schon, man sieht es ihm an. Fuck you, diese Scheiße ist so schlecht. Und dann sagt das Game ihm, du bist permanent von Call of Duty gebannt. Für mehr Informationen, geh hierhin, versuch es doch nochmal oder quitte einfach. Und ich habe versucht rauszufinden, warum das in dieser Beta so ein hohes Thema war und ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich habe geguckt, ob wir bei Twitter irgendwelche Infos dazu finden. Und das Einzige, was wir alle gesehen haben bei Twitter und sehen können, ist bei Charlie Intel, an denen sich viele Spieler, so wie ihr gewendet habt, die gesagt haben, ich habe ganz normal gespielt, ich habe keine krassen Runden gemacht, ich habe nichts Verbotenes getan, keine Cheat-Software gehabt, kein überhaupt gar nichts. Und ich wurde instant gebannt. Die Frage war dann, ist das ein Beta-Bann oder ein Call of Duty-Server-Bann und tatsächlich ist es wohl nur ein Beta-Bann. Auch geil, sein Titel, keine Neffen und keine Viewer-Bots, nur underrated. Gruß gehen raus an Gamer-Brother mit gekauften Klicks. Und es ist tatsächlich so, dass ihr aus der Beta bis zum Ende gebannt worden seid. Und so wie das aussieht, Leute, habe ich euch ein Bild rausgesucht und das zeige ich euch jetzt. Und ich will darüber aufklären, so gut wie ich das kann, mit den begrenzten Infos, die man bei solchen Sachen halt... Okay. Okay, da müssen wir mal eben gucken. Und ich habe mir hier etwas rausgesucht, was bei ihm sehr gut passt. Er sagt, dass er keinen Packet-Burst mehr hatte, was wir alle hatten vom ersten Tag. Wollte er mal ein paar gute Sachen über die Beta sagen. Und dann, er sagt, ein Haufen Scheiße, der ganze Verein. Das, Leute, war die Runde von ihm vor dem Permabann. Was sehen wir hier? Ein 62 zu 4. Eine dieser wenigen Runden, die man in so einer Beta überhaupt mal hat, wo man wirklich Fun hat. Eine Runde später. Und wie gesagt, Chad, kein VPN, kein Reverse-Boosting. Einfach nur Johnny, wie er ist, am Zocken, talentiert. Eine Runde später, du spielst drei Minuten und der Server kickt dich runter. Und du bist durchgängig gebannt, du kannst die Beta nicht mehr spielen, wofür du Geld bezahlt hast. Und Charlie Inter hat darüber gesprochen und ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, dass Folgendes passiert. Das Anti-Cheat von Call of Duty ist so ziemlich das Schlechteste auf dem Markt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dieses Anti-Cheat ist nicht in der Lage, legit Cheater zu bannen und ist nicht in der Lage, unschuldige, normale Spieler frei von diesem Shadow Bun zu halten. Und ein Shadow Bun hat höchstwahrscheinlich jeder, der dieses Video jetzt gerade sieht, mindestens einmal schon gehabt, obwohl er selber weiß, er tut nichts. Und Leute, ich habe allein in MW2 und MW3, ich glaube, drei oder vier Shadow Buns selber bekommen. Da wissen wir mittlerweile warum. Werdet ihr regelmäßig oder häufiger reportet. Was mit solchen Bots in solchen Runden, die von einem 62 Kills kassieren und denen nur viermal killen, andauernd so ist, werdet ihr oft genug reportet. Und oft genug heißt ihr nicht 100.000 Mal, sondern dreimal, fünfmal, zehnmal. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses verschissene Bot-System von Call of Duty automatisch agiert und euch zwei Wochen rauszieht. Dann kommt ihr zwei Wochen in so eine Shadow Bun-Gruppe. Dann seid ihr nicht mehr mit den normalen Leuten im Matchmaking, sondern nur mit denen, die wirklich cheaten und da schon untersucht werden. Oder bei denen dieses System wegen diesen Reports denkt, dass sie cheaten. Und in diesen zwei Wochen werden die Accounts manuell überprüft. Zwei ganze Wochen. Das heißt, ihr werdet immer aus dem Verkehr gezogen. Und entweder findet ihr nur noch Lobbys mit so einem 4- oder 500er-Ping. Das ist Dogshit. Oder ihr findet Lobbys relativ zügig, aber mit anderen Shadow Bun spielenden Leuten. Und davon sind dann 50% unschuldig und 50% cheaten. Und ihr dürftet euch dann auswählen, ob ihr gar nicht spielt oder nur mit Cheatern spielen wollt. Und ich glaube, dass wir genau dieses Phänomen in der Beta hatten. Weil wir aber eine Beta haben, die gar keine zwei Wochen geht, ist es auch in der Beta so gewesen. Ihr werdet gemeldet von irgendeinem aus der Runde. Ihr werdet ein zweites Mal gemeldet. Ihr werdet ein drittes Mal gemeldet. Und ich glaube nicht, dass man so viele Meldungen braucht wie in den normalen COD-Games. Also ich glaube, es sind immer zehn. Sondern, dass hier schon drei oder vier Meldungen reichen. Und dieses völlig verkackte Ricochet-Team-Anti-Cheat euch dann aus der Beta wirft. Dann wird gar nicht überprüft, weil Beta ist weniger als zwei Wochen vorbei und ihr seid raus. Das, Leute, ist ein Skandal. Und es geht nicht darum, dass mal irgendjemand gebannt wird, fälschlicherweise. Was eigentlich nicht passieren soll, aber natürlich passiert. Sondern, dass das Hunderte und Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Spieler betrifft, die fair und ehrlich einfach nur am Zocken sind. Geld dafür ausgegeben haben, an der Konsole sitzen mit dem Controller, am PC mit einer Maus, kein drittes Programm haben, keine Cheat-Software, keine Audio-Verstärker, keine Maus-Verstärker, kein gar nichts. Und so von diesem System ausgekügelt werden. Und dieses System funktioniert genau so seit Jahren und hat sich immer noch nicht gebessert. Nicht ein Millimeter. Und hier muss man sagen, das größte Problem daran ist, es gibt keinen wirklichen Activision-Support, der einem hilft. Problem Nummer eins, ganz klar. Problem Nummer zwei, selbst wenn man gegen den Bann vorgeht, nach zwei Wochen ist man wieder erst raus und diese zwei Wochen sind weg. Man kann fundamental gesehen dieses Game zwei Wochen lang nicht anfassen. Und wenn wir jetzt schon soweit sind, dass ein AAA-Studio wie Treyarch das in ihrem Game zulässt, mit einem Premium-Publisher wie Activision und einem Owner in der Größe von Microsoft dahinter, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es fällt super schwer, auch nur irgendetwas Positives darüber zu finden. Auch nur irgendetwas. Und ich bin massiv enttäuscht davon, dass das so viele Leute betrifft. Und ihr habt es geschrieben. Nur das Problem ist, viele schreiben immer, ich habe nie gecheatet, ich habe nichts getan. Wie soll ich das als Creator, der viele von euch ja nicht persönlich kennt, bewerten? Aber wenn so ein guter Buddy wie Johnny, der sehr, sehr gut mit mir ist, dem ich blind vertraue und wo ich weiß, dass er nicht cheatet, mir sowas zeigt, dann ist der Punkt, wo ich sagen muss, ich muss darüber aufklären. Ich glaube vielen von euch, dass die wenigstens getan haben. Ihr werdet in dem normalen Black-Op-6-Game zocken können, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es ist eine Schande, dass dieses System immer noch so funktioniert und dass immer noch keine Verbesserung eingetreten ist. Und wenn euch sowas passiert ist, schreibt das mal in die Kommentare. Ich will mal gucken, von der Anzahl her, wer schon Shadowban hat und wer in der Beta gebannt wurde. Ich wurde in der Beta nicht gebannt, das war aber auch schwierig, ich habe sie ja kaum gespielt. Also lasst ein Abo da und check Johnny ab, geiler Typ, liebe den, Kuss geht an dich nach Österreich.